. 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 Alter, was geht's mit dir? Eskater hier. Okay. . 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 Dann zeige ich euch jetzt die allerersten Bilder von euren Liebsten in der Villa mit den Single-Männern. Das ist Assi. Was ist das denn? Ja, hier hast du bestimmt Spaß, ja. Was ist das von Otto? Alter, was geht's mit dir? Ja man, Steffi. Das ist doch ein bisschen respektlos. Ich glaube gar nicht, dass die Jungs sich zurückhalten, weil sie denken, ja, mit denen geht nichts. Perfekte Scheiße da. Was ist das für ein? Es ist meine Aufgabe, für mein Glück zu sorgen, auch wenn ich eine Beziehung ruinieren muss. Ich bin ein ultimativer Verführer und ich bin der Meinung, dass ich hier etwas starten kann. Ich glaube, hier geht's bald richtig ab. Ich bin schockiert. Ich schlafe heute noch besser. Vielen lieben Dank. Meine Frau lacht dir aus. Hoffentlich macht sie die zu Sklaven. Wirklich, sie soll sie durchs Haus schicken. An der Hundeleine oder was weiß ich. Mach das Kind. Schatz, mach alles. Was ist das für ein Tönnies, also wirklich bei aller Liebe. Ich meine, ich bin ja auch nicht der Perfekte. Aber, ne, das ist so, also ein bisschen Niveau und Charme sollte doch dabei sein.